Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich möchte dich heute zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir vor, du schaust heute an Nachrichten im Fernsehen und du erfährst, dass unsere Regierung gesetzlich festgelegt hat, dass von nun an niemand mehr für Geld arbeiten muss. All deine Kosten sind gedeckt. Was würdest du morgen früh tun? Würdest du derselben Arbeit nachgehen wie heute? Würdest du etwas an deiner Arbeit verändern? Würdest du bestimmte Dinge sofort lassen? Würdest du vielleicht sofort radikal deinen Job kündigen? Oder würdest du sagen, Veit, ich würde aufstehen und ich würde genau derselben Arbeit mit genau derselben Passion nachgehen wie heute? Was das Letzte auf dich zutrifft, möchte ich dir von Herzen gratulieren. Du gehörst dann zu der leider noch relativ kleinen Gruppe von Menschen auf diesem Planeten, die Abraham Maslow selbstverwirklichte Wesen genannt hat. Menschen, die in der Lage sind, in all dem, was sie tun, zum Ausdruck zu bringen, wer sie sind, woran sie glauben, was wertvoll für uns ist. Ich halte Selbstverwirklichung in unserer Arbeit für die zentrale Quelle unseres Selbstwertes. Denn was macht es mit uns, wenn wir morgen aufstehen und für acht oder zehn oder zwölf Stunden an einen Arbeitsplatz gehen, wo wir einen Teil unserer Seele verraten müssen, an dem wir einen Teil unserer Werte an der Tür abgeben müssen? Ich halte Selbstverwirklichung in unserer Arbeit nicht für eine Utopie, sondern ich halte sie für die Bestimmung des Menschen. Ich glaube, dass es deiner und meiner Würde entspricht, in unserer Arbeit auszudrücken, wer wir wirklich sind. Es mag heute noch für viele Menschen wie eine Utopie klingen, doch es gibt einen Weg dahin. Und ich finde, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es ist wichtig für deine seelische Gesundheit. Es ist aber auch genauso wichtig für deine Selbstachtung. Und es ist wichtig für deinen Erfolg. Die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, sind alles Menschen, die ihr Ding gefunden haben. Und zwar, das möchte ich betonen, sowohl manche davon als Angestellte, weil auch ein Angestellter arbeitet wesentlich effizienter und wird von seinem Chef wesentlich mehr wertgeschätzt werden, wenn er wirklich an der richtigen Stelle dient und natürlich auch als Selbstständiger oder als Unternehmer. So, falls du sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich morgen kein Geld mehr bräuchte, ich würde sofort meinen Job kündigen und dann würde ich gern meinem Ruf folgen, dann möchte ich dir gern die drei Schlüsselelemente mit auf den Weg geben, die es braucht, um seinen Ruf, seinen inneren Ruf in eine erfolgreiche Berufung zu verwandeln. Das ist einmal deine Fähigkeit, mutig, verrückt, frech und groß, außerhalb der Box zu denken. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Ich bin dazu erzogen worden, innerhalb der Box zu denken. Mein Potenzial, meine Fähigkeiten, meine Kreativität in eine vorgegebene Norm hineinzupressen. Und das hat mich lange Zahl kolossal frustriert gemacht. Der erste Schritt ist, bereit zu sein, außerhalb der Box zu denken. Wenn es den Job noch nicht gibt, der dich wirklich fassen kann, dann muss dieser Job gefunden werden. So, wenn alles möglich wäre, wer würdest du gern sein? Der zweite Schritt ist Klarheit. Es ist elementar wichtig, diesen inneren Ruf, der für viele Menschen erst einmal nur diffus ist, in kristallklare Klarheit zu verwandeln. So, wenn heute Nacht um ein Uhr nachts dein bester Freund an deinem Bett steht und dich wachrüttelt oder der liebe Gott persönlich und dich fragt, worin dein innerer Ruf besteht und wie du ihn ausdrücken möchtest, musst du im Grunde genommen, wie aus der Pistole geschossen, auf zwei Fragen antworten können. Erstens, was für ein Instrument bist du? Welche genauen Fähigkeiten, welche genauen Neigungen zeichnen dich aus? In was bist du auf eine natürliche Art und Weise gut? Ich treffe immer wieder Klienten, die versuchen, obwohl sie eine Flöte sind, wie eine Posaune zu klingen. Oder Posaunen, die versuchen, wie eine Geige zu sein. Vielleicht kennst du das Gefühl. Es löst Frust in uns aus. Es löst das Gefühl in uns aus, nicht wirklich Spaß in der Arbeit zu empfinden. So, zuallererst musst du herausfinden, was für ein Instrument bist wirklich du. Was sind deine Stärkungen, deine Neigungen, deine Intelligenzen? Zweitens, wenn du genau weißt, was für ein Instrument du bist, finde heraus, welches Lied du mit uns allen teilen bist. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns hier auf dieser Erde ist, um ein einzigartiges Lied zu singen. Ein Lied, was vor dir noch nie jemand gesungen hat und was nach dir nie wieder jemand singen wird. Wenn du versuchst, dein vorgegebenes Lied zu singen, dann fehlst du. Meine herzliche Einladung, finde heraus, welches Instrument du bist und finde heraus, welches Lied du mit uns allen teilen möchtest. Das wird dir dauerhaft Erfüllung schenken und Erfolg in Form von Zahlen. Drittes Element, wenn du das weißt, brauchst du einen Weg. Du brauchst eine Strategie der Umsetzung, um diesen inneren Ruf in einen erfolgreichen Beruf zu verwandeln. So, wenn du merkst, da ist Potenzial für dich, wenn du das Gefühl hast, du bist an der Stelle, wo du jetzt gerade dienst, nicht ausgelastet, du bist unzufrieden, lade ich dich von Herzen ein, unser Seminar zu diesem Thema auszuchecken. Das Seminar heißt Deinen Ruf. Beruf, Berufung und Begabung erfolgreich miteinander vereinen. Es geht im Grunde genommen genau um diese drei Elemente. Ich möchte dich dazu verführen, out of the box groß und frech zu denken. Ich möchte dich dazu einladen, sehr spezifisch und klar zu denken. Und ich möchte dich vor allen Dingen dazu einladen, ins Tun zu kommen. Damit du am Ende eines Tages sagen kannst, wenn es morgen kein Geld mehr gibt, ich stehe auf und ich mache genau dasselbe wie heute, weil ich es liebe. Tschüss, dein Veit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.